Ich glaube, diese Konzepte, die so grob drin sind, die finde ich schon ganz gut. Also ich versuche das mal kurz zu umreißen, was die Konzepte sind, die man sich, glaube ich, zusammenstellen kann. Ganz klar ist natürlich eines, was größere Ziele sind, also so Quartalsziele, Quartalspläne oder Jahrespläne. Dann ist eines, wo er es, glaube ich, nennt als irgendwie Follow-up oder Backburner. Also einfach Dinge, wofür er jetzt keine Zeit hat oder vielleicht auf Rückmeldungen wartet, dann kann man das quasi in eine eigene Spalte geben. Dann hat er Dinge, die vielleicht akut sind, also irgendwie Ideen, die er konkret bearbeiten möchte, wieder in der Woche oder in dem Quartal, die so zwischendurch vielleicht aus E-Mails halt kommen. Eins mit, was ist das To-Do für die Woche, die man dann in die Tage einteilt und dann halt eine Spalte mit, das was schon getan ist. Also so ganz grob eine Aufteilung und was ja das Ganze so schön macht als Gesamtsystem ist, dass man, wenn man das einmal beginnt mit seinem Mailfach auszuprobieren, wie ich denn diese Dinge zuteilen kann, dann merkt man sehr schön, dass nicht nur das Mailfach ein bisschen einfacher zu handhaben sein wird, sondern vor allem auch die Arbeit dann mit Time-Blocking zum Beispiel. Weil ich ja dann weiß, aus welchen Karten ich welche Aufgaben in meinen Tagesplan einarbeite. Weil sonst haben wir auch schon oft darüber gesprochen, ich meine, wenn man mehrere Projekte hat, also sei es jetzt bei seinem Hauptjob oder vielleicht hat man neben seinem Hauptjob noch kleine Nebenprojekte, dann kann man halt sehr schnell den Überblick verlieren, weil es einfach dann mal zu viele kleine Aufgaben gibt. Und dann schwirren die halt irgendwie so rum, ohne dass man weiß, habe ich die jetzt schon gemacht? Habe ich da jetzt viel drüber nachgedacht? Oder wo steht das überhaupt? Und natürlich ist so das Fundament ein bisschen, dass man Deep Work machen muss, um schwierige Aufgaben zu lösen. Und das kann ich halt nur, wenn ich ganz genau abgetrennt habe, welche Dinge überhaupt anstehen und ich die dann separat nehmen kann.